Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen und da draußen ein Empfangs-Screen, Niskair. Und ich habe es geschafft, wir haben den Mann, der deutsches Yu-Gi-Oh auf die Weltbühne mit untergebracht hat, und zwar Joshua Schmidt, konnten wir als Gast für uns gewinnen. Yoshi, es ist mal eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, hi, freut mich. Ja, bei dir ist soweit erstmal alles frisch, das ist ja ein Weichen her, dass du das letzte Mal hier warst. Da hast du, glaube ich, frisch mit dem Streaming angefangen, ne? Das müsste schon, ja, das ist schon fast ein Jahr her wahrscheinlich. Ansonsten, ja, bei dir läuft ja seitdem her komplett, ich glaube, deine Streaming-Zahlen explodieren, YouTube explodiert ja auch so seitdem her komplett. Es ist am Ausrasten und deine kompetitiven Events sprechen ja auch für sich, wenn man einfach mal einen Blick hinter dich wirft. Ich kann mich nicht beschweren über das letzte Jahr, ja, alles gut soweit. Ja, definitiv, definitiv. Also, das aktuelle Thema heißt ja jetzt hier Cyberstorm Access, also nochmal da draußen. Wir haben ja jetzt ein kommendes neues Format, ein neues Main-Set kommt jetzt erstmal auf uns zu da draußen. Das heißt, unser Kastierer-Format wird wahrscheinlich abgelöst werden. Jetzt können wir erstmal nur so ein bisschen in die Glaskugel gucken für die Zukunft und müssen mal gucken, was so geht. Aber vor allem die Band ist es halt auch noch nicht mit da. Das heißt, da muss man gucken, was sich da in der Gegend nochmal ändern wird. Erstmal frage ich mal bei dich so, bei deiner brachialen Kompetenz da draußen. Ähm, was glaubst du, wohin geht denn die Reise erstmal? So mit Robe. Ja, also ich hab's schon bei mir im Stream angesprochen. Ich bin der Meinung, dass Cyberstorm Access eigentlich kein so krasses Set ist. Also es ist nicht schlecht. Es sind ein paar Sachen drin, die ich gut finde, auf die ich mich auch freue. Und auch manche Sachen, auf die ich mich nicht so freue. Aber, ähm, es ist kein so ein Set, was das komplette Metagame so auf den Kopf stellt. Mhm. Weswegen ich auch gedacht hätte oder immer noch denke, dass es eigentlich Sinn macht, dass wir vorher eine Liste kriegen. Aber ist natürlich nur Spekulation. Aber ich hab da mal versucht, mich reinzuversetzen in Konami und hab gedacht, eigentlich, wenn sie wollen, dass wir gehypt sind auf sowas wie Goldpride oder Manadium, äh, dann müssten sie eigentlich was tun an sowas wie Kashtira. Weil wenn das Zeug auf Full Power bleibt, dann, äh, ja, ist es nicht ganz so einfach für ein paar von den neuen Decks. Mhm, mhm, verstehe ich absolut. Nur, ähm, werden wir uns schon mal angucken. Wenn wir jetzt keine Bannes bekommen, jetzt gehen wir mal direkt, tippen wir rein schon das Ganze, von den neuen Decks. Da haben wir jetzt vor allem, glaub ich, Super Heavy Samurai, wird ja jetzt gerade aus dem Nix-Kombira so ein bisschen. Dann haben wir's noch Manadium, dann haben wir noch Poreli. Meinst du zum Beispiel, dass die Gang die aktuelle Meta komplett abstinken? Also, ich glaub, Super Heavy Samurai ist nicht so schlecht positioniert gerade, weil ich glaub, wenn du einfach viele Handtraps spielen kannst und viele One-Card-Starter, dann ist das okay. Mhm. Aber ich muss mir das Fenster zumachen, jetzt kann ein Vogel kommen, der dann ausrasten. Mhm. Okay. Mhm. Wo war ich? Also, Super Heavy Samurai finde ich okay. Aber vor allem bei Purely habe ich ein bisschen Bedenken, ob das gegen Full Power Kashtira so stark ist. Also, vor allem bei Going Second ist das gegen Kashtira, glaub ich, nicht so gut. Ja. Und deswegen, ja, ist halt der Gedanke, wenn sie wirklich wollen, dass die Leute auf sowas wie Purely abgehen, dann sollten sie eigentlich was an Kashtira machen. Aber wir werden ja sehen, ob sie es sofort machen oder ob sie erstmal warten und gucken, wie es sich entwickelt. Ja. Mhm. Äh, by the way, nochmal kurz für euch da draußen, für die Zuhörer, die das Ganze auch mitbekommen, ihr könnt euch auch auf Spotify abonnieren dazu oder followen. Ich fahr zum milliardesten Mal mal wieder da draußen vergessen. Ähm, so. Ja, weil ich seh schon, der Chat, mein Lieber, äh, ja, ich hab's jetzt erwähnt. Gut. Okay, ähm, ich versteh schon den Punkt da draußen, also, dass Purely ein Problem hätte, einfach nur, weil sie ihre ganzen Quickspells nicht aus dem Graveyard rausbekommen. Weil das ja alles dann, naja, basically an den Monstern mit dranhängen. Versteh ich schon. Ähm, nur, jetzt drehen wir mal den Spieß um. Glaubt, Kashtira könnte gegen Purely ein Problem haben. Going Second. Oder? Wir tun so in Towers Outen. Ähm, ja, also geht andersrum, funktioniert andersrum, glaub ich auch. Nur, dass, ja, Kashtira hat, glaub ich, ein paar mehr Optionen. Also, wenn Kashtira halt ein Kaiju hat, ja gut, wenn Purely ein Kaiju hat, geht's auch wieder. Also, ja, es ist wahrscheinlich so ein 50-50 Matchup, aber das ist halt so was, wenn die Leute schon ihre Kashtira-Decks haben, wer holt sich dann jetzt Purely, wenn's, wenn's doch trotzdem nur 50-50 ist gegen Kashtira, weiß ich nicht. Also, Weyabus. Ja, gut, okay. Ne, versteh ich absolut. Ähm, man muss jetzt halt auch sagen, ich bin ja generell eh kein Fan von dem Kaiju-Argument, weil Kaiju outet halt alles da draußen. Da kannst halt wirklich das dickste Boss-Monts mit Milliarden Protection-Effekten haben. Ja, gut. Es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob du halt ein Deck spielst, das nur ein Monster beschwört, oder ob du halt eins spielst, was halt mehrere Sachen hat und deswegen grundsätzlich kein Problem damit hat, wenn's ein Kaiju abkriegt. Aber in dem Sinne sind, glaub ich, Purely und Kashtira relativ ähnlich, weil die sich beide sehr stark auf einen Monster konzentrieren. Hm, hm. Das versteh ich schon hier in dem Fall. Okay, gut. Das heißt, ähm, also, wenn's jetzt so ist erstmal, bist du dann noch der Meinung, dass Kashtira halt wesentlich stärker als Purely ist, vor allem für nur In-Engine, ähm, weil auch Purely massiv struggle, going second versus Kasch. Und Kasch kann ja theoretisch immer noch ein Board aufbauen, auch wenn halt dieses Purely-Monster da ist. Also, Noir, glaub ich, heißt das jetzt richtig ausgebrochen. Ja, bei Noir ist halt so, sobald die mehrfach den Effekt benutzt, ist die ja dann effected. Hm, hm. Das heißt, wenn du die im Durchschnitt mit, sagen wir mal, wenn du sie mit sieben Materialien hinbekommst, ist sie nach der ersten Aktivierung noch an effected, aber wenn du sie nur mit 5 oder 6 hinkriegst, dann ist sie nach dem ersten Mal wegschaffeln schon effected. Hm. Also, wenn man die aktivieren muss ein-, zweimal, dann kriegt man die schon weg als Kashtira-Spieler. Also, es wäre theoretisch schon möglich, aber ist schwierig da, ist trotzdem schwierig, da durchzukommen. Also, wenn die, die, wenn die komplett durchziehen, going first, dann ist es auch für Kashtira schwierig. Also, das, ja, aber das, das ist halt für mich keine so krasse Qualität in dem Format, wo die meisten Decks, wenn sie anfangen, eigentlich eh gewinnen, außer es kommt halt sowas wie ein Kaiju oder so. Also, da gebe ich ja komplett recht. Also, das Argument, wenn ein Deck going first geht, komplett untrappeded, dann nach der Logik ist halt auch immer noch Raid-Raptor, eine absolute T1-Strategie mit Kaiju oder Pass. Das war in den letzten Jahren noch nie was Besonderes, dass irgendein Deck, wenn es anfängt, komplett gewinnen konnte. Das ist ja auch gerade zum Beispiel der Grund, warum die Leute, vor allem jetzt du mitunter, ihr liebt ja Runic, weil ziemlich 50% eures Decks besteht ja nur aus Board Breakern, wenn du so Runic angucken möchtest, plus ich special mir was. Von dem her, ähm, wie heißt das, äh, wie kann man das Ganze ausdrücken? Ähm, going second ist halt wirklich dadurch nochmal wesentlich einfacher, wenn du halt so eine Strategie wie Runic mit reinknallen kannst. Jetzt, wenn wir uns das Ganze mal angucken, Runic im kommenden Format. Wir gehen jetzt mal so von der Welt aus, so die Banis wird jetzt, also ich glaube nicht davon, dass Runic großartig gekillt wird von der Banis, ich gehe mal davon aus, es wird ein, zwei consistency Hits gehen. Ja, also killen würde ich jetzt nicht erwarten, aber sowas wie Fountain of 1 oder Tip of 1 oder so, ist, denke ich, schon angebracht. Also, das ist jetzt zwar im OCG nicht passiert, aber sowohl auf, äh, sowohl auf Master Duel als auch auf im TCG hat das Deck, glaube ich, wesentlich mehr gerissen als dort. Jaja. Und ich, ich, es würde mich überraschen, wenn sie nichts machen, weil, also sowohl Runic Sprite als auch Naturia als auch andere waren ja schon sehr erfolgreich, deswegen, ich glaube schon, dass irgendwas da passieren wird. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es unspielbar wird, selbst mit einer Fountain oder einer Tip oder vielleicht sogar mit beidem. Also, ich glaube schon, dass man Runic noch spielen können wird. Naja, angenommen, wir gehen jetzt mal in das Szenario, wir kriegen Fountain of 1, da ist ja immer noch die komplette Engine der Viable. Gut, du hast ein massives Problem, wenn der Gegner den Cosmic reinzieht, dann ist's doof, wenn du so ausdrücken möchtest. Aber, äh, abgesehen davon ist es wirklich im, vom Kernprinzip immer Runic Naturia noch alive oder so, was ähnliches. Jetzt müsste man halt auch schauen, wie würden dann so die Upcoming Decks mit Runic klarkommen? Würdest du, ähm, sagen, gibt's da irgendwas, was da, würdest du sagen, sagen würdest, das hätte eine Chance gegen Runic von einem neuen Kram oder sagst du einfach, ne, Runic ist immer noch wesentlich, wesentlich besser? Mh, Super Heavy Samurai sollte relativ gut sein gegen Runic, weil, also, einer der großen Vorteile an Runic ist, wie du schon gesagt hast, dass du halt mit den Karten going second relativ viel machen kannst. Selbst wenn du vielleicht gar keine Handtrap gezogen hast oder gar keinen Boardbreaker. Mh. Da musst du irgendwas haben, wahrscheinlich Handtraps. Und Runic ist nicht so besonders gut darin, viele Handtraps zu spielen. Also, du, du hast meistens in den Runic Decks vielleicht Platz für fünf oder sechs Non-Engine. Höchstens ist, was ich immer so empfehle. Weil du halt einfach eine gewisse Anzahl Runics ziehen musst und eine gewisse und auch noch irgendeine andere Engine ja spielen willst, die du auch ziehen willst. Deswegen hast du den Platz nicht, um halt die Handtraps zu spielen, die du halt bräuchtest, um halt durch ein Super Heavy Samurai Board durchzukommen, zum Beispiel. Und das funktioniert dann schon anders. Also, gegen Kashtira kannst du mit einer kompletten Runic Hunt halt gewinnen, weil wenn ein Freezing Curses durchkommt oder ein Flashing Fire auf den Arise hat, dann kannst du halt loslegen. Ja. Du kommst aber gegen Super Heavy Samurai kommst du nicht durch. Und gegen Purely ist es wahrscheinlich okay, aber wenn die halt anfangen mit einem Noir und dich dann mit Handtraps hinterher noch abschmeißen. Also, Bloodbreaker allgemein, was halt die große Stärke in Runic jetzt war gerade, dass du hast ja einfach nur Evenly gespielt und fertig und halt vielleicht noch Kurikara oder so. Kurikara ist immer noch gut, aber Evenly zum Beispiel wird, glaube ich, wesentlich schlechter. Mhm. Und deswegen, also das Deck wird an sich nicht schlechter sein, aber die neuen Matchups sind, glaube ich, schwieriger als die alten. Deswegen hängt es ein bisschen davon ab, wie populär die neuen Decks einfach werden. Also, wenn die Leute einfach anfangen, alle Super Heavy Samurai und alle Purely zu spielen, dann bin ich nicht sicher, ob ich noch weiter Runic spielen würde, aber... Na gut, ich vermute mal, die ersten paar Wochen davon wird es halt definitiv so sein, dass die Leute erstmal nur die Hype-Decks spielen. Manadome, Super Heavy und Purely werden vielleicht zwei Wochen, wirst du die Denken über Gefluten sehen, dann realisieren die Leute, was geht, was nicht. Dann wird sich die Meta halt daraus bilden. Das hast du immer am Anfang von einem Format, wenn es aus Neuzeit rauskommt oder nicht. Ja, kann man in beide Richtungen sehen. Wenn wir keine Bandlist kriegen, kann es auch sein, dass die Leute erstmal ihre alten Decks weiterspielen, weil sie denken, warum soll ich Geld ausgeben, für was das maximal genauso gut ist. Weil viel besser sind die Sachen nicht. Ja, das stimmt. Wobei, Super Heavy ist schon ein bisschen krass im Gespräch. Also man sieht ja auch vor allem hier an den alten Karten, die gehen ja gerade auch alle im Preis hoch, das Soulpiece oder die Scales und den ganzen Kram. Das Zeug geht schon hoch, da haben die Leute auch Bock drauf ein bisschen. Aber ich verstehe deinen Punkt hier. Jetzt frage ich mich noch von dem ganzen Kram. Also ich weiß, du willst jetzt nicht sagen, was dein Pick und so ist. Aber gibt es noch von den ganzen Format-Geschichten, wo du sagst, boah, da hätte ich schon Bock drauf. Da willst du mal ein bisschen mit rumspielen. Gibt es da irgendwas, was du ... Also da habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit zu erzählen. Also ich mag Super Heavy Samurai vom Prinzip her nicht so gerne, weil du sehr unflexibel bist, was die Tech-Karten angeht. Du musst quasi Handtraps spielen. Alles andere ist ja Quatsch, du darfst ja keine Spelltraps haben. Und du spielst auch immer nur, du hast halt quasi dieses ganze Ein-Karten-Kombo-Ding, habe ich auch schon oft genug drüber gerantet mit Math-Mag und dem anderen Kram. Ist alles nicht so meins, immer dieses, dass wenn du die One-Kart-Kombo hast, dann geht es ab. Wenn nicht, dann nicht. Mag ich nicht so gerne. Pure League auf der anderen Seite ist so vom Prinzip her genau mein Ding, weil du so fast schon wie bei Runic oder bei anderen Decks halt, du hast halt Millionen Starter-Karten, alles bestellt dir deine Monster aus dem Deck. Du musst die Monster nicht ziehen. Du hast ein relativ gutes Grind-Game, du spielst meistens mehrere Züge, du hast Handtraps, deswegen bist du going second, ist es eigentlich immer okay. Hast genug Platz für ein bisschen Non-Engine, das Deck finde ich cool. Bin aber, wie gesagt, nicht sicher, ob das bei Full-Power-Kashtira mithält, weil es ein bisschen schwieriger ist, glaube ich, als mit zum Beispiel Super Heavy Samurai. Also Super Heavy Samurai ist das einzige Deck aus dem Set, wo ich denke, dass selbst wenn keine Bandlist kommt, dass du das gut spielen kannst. Für die anderen Decks braucht es, glaube ich, so einen kleinen Kashtira-Hit. Für Menadium vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also das Deck ist okay, aber das ist so ein Deck, das gucke ich an und denke mir, ich fände es cool, wenn es spielbar wäre, aber ich glaube nicht so richtig dran. Sonst ähnlich bei Goldpride zum Beispiel. Ja, verstehe. Ich glaube, bei Goldpride ist, also bei dem, was ich jetzt bei Goldpride gesehen habe, ist entweder du hast halt die Continuous Spell oder das war es halt so im Grunde genommen erst mal. Oder du musst halt deine Seaminen-Life-Points manipulieren. Aber abgesehen davon sehe ich da jetzt halt auch nicht unbedingt so viel. Also da ist schon ein bisschen brickigerer Potenzial. Ja, es ist quasi im Endeffekt trotzdem nur sowas wie die Punk-Decks, die es halt auch schon gibt, die halt auch aus gutem Grund nur so Tier 2 sind. Also wenn ich sage, nicht so gut, dann meine ich auch nicht, dass die komplett unspielbar sind. Ich glaube, du kannst sowohl mit Menadium als auch mit Goldpride-Decks sowas wie Regionals Top 8 kommen oder so. Ich glaube, das geht ohne Probleme, wenn du einen guten Tag hast. Aber für sowas wie, ja, das ist das beste Deck, was ich auf jeden Fall zu einer YCS bringe, da sehe ich die beiden nicht so wirklich. Aber bei Super Heavy Samurai und Purely, da könnte das schon passieren, wenn da, also wenn die, wenn Kashtira nicht so populär ist oder wenn eine Bandist kommt, sind die, glaube ich, beide mit oben dabei. Okay, was müsste denn bei Kashtira passieren? Weil ich höre oftmals bei Kashtira sowas wie Birth of 1, Fenrir of 1 oder so ein ganzes Kram. Also das sind ja so alles so Wunschgedanken. Für mich ist halt vieles mit, warum muss man Kashtira jetzt schon killen oder sowas? Also ich hätte zum Beispiel, ich bin ja absolute Vertretung mit Mindhacker auf Null und dann passt das Deck eigentlich soweit so. Für mich fühlt sich jetzt nichts bei Kashtira so massiv oppressive an. Da finde ich zum Beispiel das Sprite von der Engine, von der Core Engine, hundertmal besser. Ein Starter geht gefühlt direkt plus 17. Also wenn du das Ding halt Resolves bekommst, dann, du hast halt die Möglichkeit, damals mit Tierlament, weil es sowieso eine ganz andere Geschichte, was das Ganze betrifft. Also ich glaube, bei Kashtira, das fühlt sich für mich extrem speedable an. Was muss man denn da bitte mal deiner Meinung nach anfassen, außer, keine Ahnung, Consistency? Also ja, das kommt halt drauf an, was das Ziel ist. Ich glaube nicht, dass jetzt schon das Ziel sein sollte, das Deck zu töten. Das sehe ich ähnlich. Also ich bin der Meinung, dass sowas wie Arise Heart, wenn du dir die Karte einfach nur anguckst, dass die schon verboten gehört irgendwann. Aber ich glaube nicht, dass jetzt der Zeitpunkt ist, weil wenn du jetzt Arise Heart verbietest, ist das Deck tot. Das wäre wie wenn du, wenn die Azizu, die er rausgebracht haben, in der ersten Bandlist direkt Dryden getötet hätten. Das ist kompletter Unsinn. Also es ist, das wird nicht passieren und ich finde es auch nicht gut, wenn das passiert, weil jeder, der sich Kashtira besorgt hat, kann es dann komplett wegwerfen. Ja. Wenn sie Arise Heart verbieten. Mein Tacker-Ban bin ich ein großer Fan von, habe ich auch bei meiner Bandlist-Discussion drauf gemacht. Alles andere an Kashtira wären halt nur Consistency-Hits. Ich bin generell kein großer Fan davon, einfach nur Consistency zu hitten, weil du änderst ja nichts daran, was das Deck tut, sondern nur machst du halt, okay, manchmal bricht es und manchmal macht es trotzdem genau das Gleiche wie vorher. Ja. Deswegen, also ich habe es bei meiner Bandlist-Discussion auch so gemacht, dass ich sowas wie Unicorn auf 1 getan habe, weil es einfach bei Kashtira nichts anderes gibt. Das ganze Deck außer Mindhacker ist ja quasi nur Starter. Ja, ist absolut egal, was du anfasst in dem Deck, ist halt wahrscheinlich ein Starter. Birth vielleicht noch am wenigsten, aber eine Birth ist im Grand Game genauso krass wie drei. Also es ist ja egal, die suchen die ja sowieso, die haben die ja eh. Ja. Und das Einzige, was du damit veränderst, ist, wenn du die eine weg machst, dann können sie nicht noch eine top decken, aber das ist halt irgendwie sehr minimal. Mhm. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es mir schon reichen würde, wenn sie Mindhacker verbieten. Ich glaube, es passiert noch ein bisschen mehr. Einfach so kann ich mir gut vorstellen. Das Einzige, was ich hoffe, was nicht passiert, ist, ich hoffe nicht, dass die Fenrir auf 1 setzen. Das heißt, hast du schon gesagt, weil du findest ja, Fenrir ist eine sehr, sehr geile Utility-Karte, auch generell, weil es auch Floodgates in sich outen kann und so aus. Und da gebe ich dir auch in allen Punkten gut recht. Ich finde halt, Fenrir ist eine absolut geile Karte, weil es halt vor allem als Support generisch benutzbar ist. Ja, eben. Also ich finde es mega gut, dass du Fenrir in allen möglichen Decks spielen kannst. Und für mich ist das eine Karte, die lebt davon, dass er mindestens auf 2 ist, damit du ein zweites Target hast. Ja. Weil er sich ja selber suchen kann. So eine malicious Situation einfach, weil, wenn der auf 1 ist, kannst du den nur noch in Castiera eigentlich spielen. Weil der ist, klar, theoretisch kann den trotzdem noch jedes Deck spielen, aber der ist einfach zu schwach, wenn du nicht wenigstens eine Handkarte kriegst. Ja. Und dadurch, dass du den auf 1 setzt, weiß ich nicht. Also das nerft irgendwie alle anderen Decks mehr als Castiera. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der sich beschwert hat über Fenrir in einem anderen Deck. Also so dieses, oh, in spite hat der jetzt Castiera Fenrir gezogen, ich konnte deswegen nicht gewinnen. Das Quatsch passiert nicht. Die Karte ist fair, wenn sie nicht in Castiera nicht Fenrir sucht, dann ist die vollkommen okay. Fenrir liest sich halt auf den ersten Moment richtig bastelt. Und man muss halt aber auch sagen, das Power-Level des Games ist halt generell so hoch geschossen, dass halt Karten mittlerweile so viele dermaßen übertriebene Effekte haben müssen. Und wenn halt ein Fenrir einfach nur als Second-Karte ist, in dem Fall jetzt siehst, finde ich den auch komplett fein. Ich mag das Ding absolut in jedes Deck reingespasht, sei es das in Scareclaw, sei es das in Sprite oder in meinem Fall mit Dracoslayer, wo ich das Ding immer reingeschmissen habe. Von dem her absolut nachvollziehbar. Ich finde auch Fenrir super. Ich verstehe zwar irgendwo das Argument, dass die Leute die Karte loswerden wollen, nur ich bin der Meinung, nee, muss man nicht. Also Kashtira fühlt sich jetzt aber auch nicht so, wie die Force anderen sich. Okay, cool. Aber das ist jetzt einfach so, wenn es so mit deinem Gedanken gegangen ist. Also ich glaube halt einfach nur, Arise Heart ist wenn dann so das Problem für die neuen Decks für das Saek-Format, wenn wir jetzt so davon drüber reinrollen. Weil, wie gesagt, super heavy. Ein Pendulum-Deck, also alles mit Scales, findet in der Regel Makro-Kosmos-Effekte ziemlich doof. Kann man schon mal sagen. Dann Mana-Dome lebt halt mitunter davon, dass Kram in den Graveyard reinkommt. Da könnte es natürlich ein massives Problem haben. Und jetzt von dem, was ich jetzt auch bisher so gehört habe, ich habe jetzt gerade im Stream auch ein bisschen Mana-Dome anprobiert, wirkt jetzt auch gerade als Mana-Dium von allen ganzen Geschichten so das Schwächste von den upcoming Decks, jetzt erstmal so wird. Also Poreli wirkt jetzt auf mich besser. Von dem, was ich gehört habe, soll es super heavy krasser sein. Einfach nur, weil, wie soll ich sagen, Cyberstein-Combo into Exterio, schon keiner gut, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, also Mana-Dome oder Mana-Dium hat halt den Nachteil, dass es so, es fühlt sich für mich sehr ähnlich an zu Sword-Soul. Also das hat ein paar sehr solide Zweikarten-Kombos, hat aber relativ wenig Follow-Up und ist allgemein, wenn du das mit dem anderen Kram vergleichst, so ein bisschen zu fair. Also die Boards, die das mit Zweikarten macht, wenn keine Handrap kommt, die sind krass, aber das ist wie gesagt, das macht ja jedes Deck eigentlich. Also jedes Deck, wenn zwei Karten-Kombo durchgeht, ist halt krass heutzutage und bei Super Heavy Samurai brauchst du nur eine Karte und das Deck ist spielbar, aber es macht einfach nichts besser als Decks, die es schon gibt. Also so. Ja, da kann ich mitgehen. Absolut kann ich ja mitgehen den ganzen Kram. Dann, also wir haben jetzt erstmal so diese Mana-Dome, Super Heavy, den ganzen Kram. Dann gehen wir mal so, gehen wir mal auf den Schmidt-Spezial. Sprite. Das ist ja so, hast du ja für dich auserkoren, seitdem Sprite irgendwie raus ist, jetzt feuerst du das Deck und jetzt Tier-Format mal aus und seit, äh, aus und vor. Aber das ist ja so dein Deck. Wo siehst du denn das Sprite bei denen kommen in den Format? Jetzt mal Banlist-unabhängig erstmal so. Ähm, eigentlich unverändert. Ich würde nach wie vor Live-Twin-Runix-Sprite spielen, wenn ich Sprite spielen wollen würde. Mhm. Alle anderen Varianten, vielleicht noch das, vielleicht das Fur-Hire, das habe ich noch gar nicht gespielt seit London. Ähm, aber das fand ich auch eine sehr gute Idee. Aber im Endeffekt sind das auch mehr Runic-Decks als Sprite-Decks eigentlich. Also, Pure Sprite ist für mich, für London schon so eine Art Tier-2 gewesen mit dem, mit den Melfis. Ich glaube nicht, dass sich besonders viel dran ändert. Äh, es könnte ein bisschen drunter leiden, wenn mehr Leute anfangen, Darkwooler zu spielen, wegen Samurai. Mhm. Aber ansonsten sehr ähnlich. Es hat natürlich auch Probleme gegen Lockbird, den werden auch wieder viele spielen. Also, es ist ähnlich stark, wenn dann vielleicht ein bisschen schwächer als vorher, glaube ich. Aber es ändert sich nicht viel, wenn keine Liste kommt. Ben ist hit, wo würdest du denn da setzen bei Sprite? So wie ich ihn mir gewünscht habe, habe ich, ich habe Starter und Jet auf Eins getan, weil ich der Meinung bin, dann kann man noch schöne Hybriden spielen, wie Runic Sprite. Okay, und was ist realistisch? Wenn sie es wirklich hitten wollen, dann Blau auf Eins. Aber das sollen sie nicht machen. Please, Konami, don't kill my Deck. Ja, ich verstehe schon absolut deine Argumentation hier. Also, Sprite ist halt immer noch in meinen Augen absolute Top-Strategie. Wird halt immer noch, das Deck geht halt plus ohne Ende, ne? Ein Starter, wenn das Inglis auf, dann kann es halt komplett off to the races gehen. Hä, Mann? Und Sprite ist halt extrem splashable für die Leute da draußen. Also, man kann halt auch irgendwie versuchen, Mana-Dom Sprite will ich auch irgendwann mal versuchen. Wird es wahrscheinlich ein hoffnungsloses Unterfang sein, zu 100%. Aber ich möchte es einfach nochmal getestet haben. Einfach nur, dass ich mich weiß, dass sie mit Frieden sterben kann, dann mit den Worten, ja, ist scheiße. Also, ich glaube, bei Sprite sind wir in absehbarer Zukunft dann irgendwo an einem Punkt, wo sie die Sprite-Decks, die Pure-Sprite-Decks getötet haben und du kannst irgendwie nur noch in manchen Decks über Gigantic dran kommen, konstant. Weil sie dann irgendwann, wie wahrscheinlich ist irgendwann wie im OCG, einfach alles auf 1. Also, Blue Jet Starter sind ja gerade alle auf 1. Damit du halt einfach den als Engine nicht mehr so konstant ziehen kannst und dann kommst du halt nur noch über Gigantic dran in manchen Decks. Aber ob das jetzt schon passieren wird, mal gucken. Ja, absolut nachvollziehbar hier. Das Problem ist halt mit Sprite ist halt alles generell generisch geschrieben. Sagt halt einfach nur Level 2 und der Pool ist halt gigantisch. Von dem her kann ich mir schon definitiv vorstellen, dass sie da irgendwo einen Hit setzen wollen, dass sie das irgendwann dann definitiv sagen, nö, also weg damit, fass lieber mal neue Decks an mit dem ganzen Kram. Ja, nee, verstehe ich. Also, das heißt, wir haben ganz oben Super Heavy werden wir mitspielen haben, wir werden Purely wahrscheinlich haben. Das ist nur die Frage bei Super Heavy und mit Mana-Dome, ob das ist, ob Kasch seine Hits bekommen wird in dem Fall. Ronix Sprite Twin wird immer noch eine absolute Top-Strategie sein. jetzt mal Ban ist vor außen vor gelassen für das Ganze da draußen. Ich seh das schon. Nur jetzt zum Beispiel, wir sind ja jetzt auch in einem Format, wo jeder irgendwo Kurikara auch spielt und sowas. du hast ja, glaube ich, schon deine Tierliste, machst ja auch immer das Ganze. Also, was zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem Wissen von jetzt hast und du baust jetzt dein Pure Sprite mit gefühlt 20 Flagspots, was knallst du dir da rein? Also, wenn ich erwarte, dass Super Heavy Samurai wirklich viel gespielt wird, dann musst du weggehen von Board Breakern hauptsächlich, sondern musst halt Hand Traps spielen. Mhm. Weil der einzige Board Breaker, der gegen das Deck überhaupt irgendwas tut, ist Dark Ruler. Mhm. Und vielleicht, wenn dein Deck das spielen kann, sowas wie Lava Golem oder das Viermode, aber das können ja nicht alle und vor allem Sprite wahrscheinlich nicht main, also das ist wahrscheinlich Unsinn. Das Problem ist, das Deck macht, also ich glaube nicht mal, dass man Cyberstein spielen sollte. Die meisten werden wahrscheinlich keinen spielen, weil die Kombo ist ohne Cyberstein, glaube ich, genauso gut. Mhm. Und die Kombo, die ich aktuell am besten finde, die endet halt mit einer Karte auf Apolosa für drei, Savage, Barone und Regulus. Mhm. Und hat fünf Karten auf der Hand. Ja, Powercreep ist toll. Ja. Und dagegen kannst du halt alle Boardbreaker vergessen, weil du musst halt, die haben halt drei Omnis, also du kannst drei Evenis haben und die negieren trotzdem alle drei. Äh, also du musst da, wenn du nur mit Karten reingehst, mit Cannot Respond oder irgendeinem ganzen Kram gehen. Du kannst halt, ja, Droplet ist auch Schwachsinn, weil du musst drei oder vier Karten weglegen, dann hast du keine Hand mehr. Ja. Und deswegen, es ist quasi, du musst entweder in seinem Zoo Handraps haben, du kannst sowas spielen wie Dark Ruler, du kannst theoretisch sowas spielen, wie, äh, Kaijus reicht wahrscheinlich nicht. Kurikara könnte gehen, wenn du verschiedene von denen baitest und dann Kurikara mit, mit 6000 drüber ballerst und dann einfach in der Endphase die Barone wiederholst oder so. Ähm, aber alles andere ist, eigentlich, also, du musst Handtraps spielen, wenn, wenn, wenn Super Heavy Samurai viel gespielt wird, sonst kannst du es vergessen. Äh, das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht mehr so viel Evenly sehen, äh, wie wir es jetzt, also jetzt gerade spielt ja jedes Runic Deck Evenly, äh, selbst viele andere noch. Nicht nur jedes Runic Deck, hast du nicht jedes Deck, was kann, haut ja irgendwo irgendwie rein. Du hast sehr viel Talents, du hast sehr viel Book, du hast sehr viel, was auch immer und wenn Super Heavy Samurai da ist, also das, das ist ja im Moment alles nur gut, weil wir kein Deck haben, das mehrere Negates legt. Es gibt ja gar keins gerade. Und deswegen spielen die Leute solche Karten, weil es an sich effektiver ist, als eine Handtrap, wenn du sowas hast. Mhm. Aber sobald Super Heavy Samurai im Format ist, geht's halt nicht. Also kann man, kann man so nicht spielen. Mhm. Aber deswegen wäre mein, mein erster Instinkt, sowas wie zwischen, wenn du kannst, sagen wir mal, du hast 15 oder 18 Slots in Sprite für Non-Engine, dass du zwischen 9 und 12 Handtraps spielst und den Rest halt mit noch vielleicht Talents oder sowas auffüllst. Aber die, die Zeit, wo du halt jetzt Evenly, Book und alles da in den Slots spielst, die ist, glaube ich, vorbei. Ja, ja, also da gebe ich dir, glaube ich, irgendwo auch recht. Also ich muss jetzt sagen, ich glaube, Kurikara bin ich mir noch unentschlossen, sage ich jetzt, wie es ist, weil, ähm, Purely kannst halt trotzdem immer noch damit outen mit Kurikara jetzt hier. Du kannst, ähm, Arise, also sollte Kasch jetzt nicht komplett gekillt werden, ist immer noch Kurikara gut gegen Kaschira hast du, du hast es gegen, ähm, Purely, dann musst du halt ab, dann halt negates baiten. Natürlich so ein Regulus, wenn das Effekt reduziert, ist auch ein bisschen doof dagegen, die Kurikara. Also, ähm, ich glaube, eine Apo, wenn du damit wegtreputiert, bekommst du es schon ganz nett. Also ich glaube, das wäre so, wenn du was so Boardbreaker-mäßiges bleibst oder sowas, dann ist das in Kombination mit Dark Rulose das Einzige, Ja, das Einzige Problem bei solchen Karten ist, die werden meistens verhältnismäßig schlechter, je mehr andere Handtraps du noch spielst, weil je öfter du in Handtraps, desto weniger wird er am Ende haben für die Kurikara und dann hast du zwei Handtraps geworfen, deswegen endet er nur noch auf einem Monster und dann ist die Kurikara auch wieder scheiße. Also, ist schwierig. Ist nicht so einfach, sich auf Kurikara zu verlassen und, ja, also gegen Super Heavy Samurai wird es vielleicht noch gehen, wenn du halt deine ganze Hand gegen die Apolusa und den Savage und so einfach reinwirfst, dann ist alles weg und du tributierst halt alles und nimmst dir Endface die Barone, das könnte klappen. Klingt schon ziemlich schlecht, wenn du es so sagst. Ja, ja, ich auch. Oh Gott. Ja, nee, verstehe ich schon absolut in dem Fall. Also, das heißt, Dark Ruler und der Rest einfach nur Handtraps. Und jetzt haben wir schon mal geguckt, so ziemlich, also Mana Dom zieht wie doof, Super Heavy ist so ein Semi-Panel-Deck, also auch da so, hm, also ein Drollo im Main sehe ich da jetzt schon auf uns alle zukommen. So ziemlich jedes Deck wird irgendwo wahrscheinlich Droll und Lockbird wahrscheinlich erst mal drauf haben. Oder? Ja. Also das ist zumindest, was sie im OCG gemacht haben, in dem Format, was wir jetzt, also sie haben jetzt ja gerade vor einem Monat oder so ungefähr das Format gehabt, was wir jetzt haben, nur dass Castiera schon ein bisschen gehettet ist und die spielen es halt trotzdem noch mit, ich weiß gar nicht, was die alles haben, die haben jedenfalls nur eine schon sehr stark gehettet, aber manche spielen es trotzdem noch, weil Arise halt so stark ist gegen die Decks. Aber die haben auch hauptsächlich Purely Super Heavy Samurai größtenteils und da spielen eigentlich alle Droll und ja, ich sehe es so, Droll ist ja bei uns jetzt schon ganz okay, also der ist ja gegen Runic, gegen Sprite und gegen Castiera gegen viele Hände gut, gegen einige ist er auch nicht gut, das ist aber bei Droll immer so, also wenn der Gegner halt nachhand zieht, die jetzt einfach nicht so viel sucht, dann ist Droll immer mager, aber prinzipiell ist Droll jetzt schon gut und durch Super Heavy Samurai wird er nicht schlechter. Also gegen das Deck ist es halt die einzige Handtrap, die ich bis jetzt gesehen habe, die konstant den Turn beendet, ohne dass da trotzdem noch Milliarden Sachen liegen. Die einzige andere Handtrap, die das theoretisch noch kann, ist Ghost Dogger, aber das ist so ein bisschen Gambling, weil wenn du Ghost Dogger auf die Scale machst und er hat Gamma, dann ja. Oh boy, ja, nee, also Ghost Dogger, also ich habe es jetzt auch mal reingeschmissen zum Test bei mir, aber in der Regel, klar, wenn jetzt jeder auf Gamma sein wird, vor allem die Super Heavy Spieler, dann hast du ein massives Problem, weil der Gegner denkt, ja cool, nice, plus eins nochmal und dann bist du halt richtig in dem Fall im Eimer, wenn du dir dann noch eine Karte entlootst, oder was das ich finde, ist ein Karte 8 zu spielen in dem Fall. vor allem ist halt auch Ghost Dogger gegen Kashtira sehr schwach, also der trifft höchstens Birth Revive, aber das ist sehr irrelevant eigentlich, also Oga ist so eine Karte, die sehe ich mehr so im Side, bis Kashtira auf der Band ist, was abkriegt, dann könnte man es maiten, aber der ist ja auch gegen Branded nicht besonders gut, deswegen schwierig. Aber da bedanke ich mich bei der Überleitung, die du jetzt hier gemacht hast, apropos Branded, ja, meine Lieben da draußen, wir nehmen alle Strohhelme, die wir kriegen können für Wortspieler und Überleitungen, der Chat, der sagt schon, but Mr. Schmidt, how about Branded? Also, ich muss ja sagen, ich hasse dieses Deck mittlerweile so mit einer Passion, weil ich schon einmal zu viel eine Branded Fusion geashet bekommen habe, weshalb ich für mich beschlossen habe, ich drücke alles in Mülleimer und verkaufe es. Wie sieht es bei dir aus? Ich mag Branded eigentlich sehr gerne, weil das Deck sehr viel, eine sehr schöne Spielweise hat, also sehr viele Aspekte, die ich eigentlich sehr gut finde an Decks, also das Deck macht, wenn du jetzt mal von Expulsion absiehst, eigentlich sehr wenig Boards, die einfach komplett einfach hier, ich bin unbreakable und fertig oder du darfst nicht spielen, sondern Branded ist eigentlich immer sehr interaktiv. Aber wenn ich Branded selber spiele, habe ich halt auch immer, ja, kriegst du halt Angstzustände einfach, weil jedes Mal, wenn du halt Branded Fusion hinlegst, musst du halt beten. Ja. Und ich habe das schon mal gesagt, ich fand Branded eine Zeit lang ganz gut im Tierformat, als die Leute keine Ash gespielt haben, aber ich bin der Meinung, sobald Branded immer diesen Prung auf Tier 1 versucht, also sobald die Leute sagen, hier, Branded ist jetzt gut, so wie am Anfang von dem Format jetzt, dann spielt halt jeder erst mal Ash und dann sinkt Branded erst mal wieder ab, so lange, bis die Leute irgendwann wieder aufhören, Branded zu respektieren. Ja, ja. Was nächstes Format eventuell der Fall sein könnte, weil Ash gegen sowohl Super Heavy Samurai als auch Purely gar nicht so gut ist, also da könnte es sein, dass die Leute eher sowas spielen wie Vela, Vela ist besser gegen die Decks, beziehungsweise vor allem gegen Super Heavy Samurai ist Vela besser und es kann sein, dass die Leute noch trotzdem Ash spielen, weil Ash halt trotzdem Ash ist, aber dann wäre es vielleicht okay, Branded zu spielen, aber Branded hat ein ähnliches Problem wie Runic, dass Branded halt immer nicht besonders viel Platz hat für Non-Engine und kommt dann dementsprechend halt auch durch kein Super Heavy Samurai Board durch, wenn, ja, wenn die durchgezogen haben. Ja, verstehe ich schon absolut in dem Fall. Das Ding ist, du kannst mittlerweile, du kannst so ein Sixty-Card-Pile spielen mit reiner Branded-Engine, das ist tatsächlich mittlerweile möglich, also so viele Dinge. Der Support ist natürlich auch, da kommt ja auch Support, der auch gut ist. Ja, klar. Den wird man spielen, aber der, also der macht das Deck besser, sonst würde man ihn ja nicht reinmachen, aber der löst keine richtigen Probleme von dem Deck, also du verlierst trotzdem noch gegen Barrier, du verlierst trotzdem noch gegen Ash, sie machen immer weiter Branded Support und der ist immer weiter auch, der ist immer cool und besser als das davor, aber das Problem bleibt immer das gleiche. Ja, absolut. Also Ash, was du mal auf Branded Fusion, also du bist halt immer noch Hack, musst du hoffen und ich glaube jetzt, wenn du aktuell Branded anfasst, hauen sie jetzt mittlerweile Nadirs Servant rein, dass sie halt einen Plan B haben, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ja, hab ich gesehen, aber ein richtiger Plan B ist das auch nicht. Also das ist mehr so dieses, wenn mein Gegner dann so halb gebrickt hat, dann hab ich noch eine Chance, aber... Ja, okay, gut. Also da schattern gerade einige Träume da draußen, weil also, wenn ich ja... Das Deck ist ja trotzdem okay, also das ist ja so wie jetzt, du kannst ja jetzt auch schon Branded spielen, aber das hat halt die Probleme, die es hat. Ja, definitiv und für mich war das halt auch... Also ich hab so viel Branded gespielt, die letzten paar Tage, Monate und dann ganz mögliche Kram und jedes Mal, du aktivierst Branded Fusion, Angst, Schweiß erstmal läuft runter und guckst, ob der Gegner eine Response hat. Wenn nicht, ist alles Gucci. Wenn er eine Response hat, war es das in der Regel. Dann kannst du auch Gem Knight spielen, hast du genauso viel Bricks auf der Pfote. Also... Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal direkt weiter. Also wir haben jetzt hier Branded schon mal abgeschlossen, wir haben jetzt schon mit der ganzen Welt gesagt, wir haben jetzt auch Ghost Ogre gesagt, wir haben jetzt Droll auch schon gesagt, wir haben jetzt hier Dark Ruler gesagt, das sind so alles so Geschichten. Was wir jetzt auch zum Beispiel jetzt schon haben, momentan haben wir einige Leute dazu geneigt, dass sie jetzt sagen, die mainen jetzt Nibiru, weil wegen Kasch. Die haben keinen Bock, dass Kaschira die große Combo jetzt nochmal abfährt. Muss ich dir dann einmal ins Extra Deck reingucken oder hier dieses Halbgare, wo sie hier drei Zonen locken, Arise Heart, Era plus Diablosus, gibt es ja auch noch irgendwie sowas Ganze. Jetzt, wie sehen wir das gerade aus? Macht das noch Sinn, Nib zu mainen, für den Fall, dass Kasch kommt, aber ist dann Nib tot gegen alles andere oder wie sieht das jetzt aus? Wo würdest du das reinsehen? Also mir gefällt Nib nicht in dem Fall, weil, also dieses Kaschira Ding ist halt, es ist halt einfach Gambling, weil ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest auf den letzten Events, wo ich war, es war so eine Hälfte, Hälfte, die Hälfte hat einfach reingespielt, die Hälfte nicht. Und dann war es irgendwie, ja, es fühlt sich nicht so toll an, einfach darauf angewiesen zu sein, wie der Gegner jetzt gerade drauf ist. Also es ist so eine Situation, ich glaube, Nib kann man spielen, wenn der allgemeine Konsens ist, dass gerade kein Nib gespielt wird. Das ist schwierig in Worte zu fassen, aber wenn halt quasi keiner Nib erwartet, dann spielen mehr Leute rein und dann wird Nib wieder besser und dann, wenn dann wieder Nib Standard ist, dann hören die Leute wieder auf, reinzuspielen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht gerade, wo wir uns jetzt gerade befinden, aber es ist auf jeden Fall so, dass Nib ganz okay ist gegen Super Heavy. Die machen zwar Barone in der Kombo, aber meistens nach 5. Das heißt, du nippst die einfach, bevor die Barone kommt. Das Dumme dran ist, die spielen dann trotzdem weiter, aber dann ist das Endboard ein bisschen schwächer. Und du hast einen TTT reingespielt. Ja, wobei, die spielen Super Heavy, ich spiele ja eh keinen TTT, wenn die gerade drüber nachdenken, dürfen ja keine Space blocken. Ja, nee, das haben sie auf keinen Fall. Also Nib ist so, wenn du nur Nib hast, dann bringt der gar nicht so viel, weil die trotzdem noch auf der Hälfte vom Board enden oder sowas und selbst die Hälfte von Apolusa, Barone, Savage, Regulus ist wahrscheinlich noch genug. Aber wenn du zum Beispiel sowas hast, wenn du eh viele Handtraps spielst, weil Super Heavy Samurai im Format ist, dann wird der Nib auf einmal gut, wenn du ihn mit Vailer zusammenziehst, weil dann lässt du ihn die Barone einfach machen und dann, ja. Gut, also Nib Vailer oder Nib Imperm war sowieso schon die, ich nimm dir jetzt alles Kombo, weißt du so, also. Ja, das ist so, es ist so ähnlich wie im Adventure-Format damals, wo Nib alleine auch nie was gemacht hat, weil halt immer Griffin lag, aber wenn du Nib Vailer gehabt hast, dann hast du ihn einfach spielen lassen bis Ende und dann einfach gemacht. Ja, das sehe ich schon. Also, ja, Nib Vailer ist halt so eine dumme Krux-Geschichte. Also, man fühlt sich nicht so wirklich wohl mit dem Nick aktuell Main, weil die guten Cash-Spieler, die tun halt nur auf Ariser Pass anzen, spielen dann in zwei, drei Sets runter und dann denkst du, okay, cool, hm, lässt mal Nib raus und dann triffst du halt auch so einen Schwachmaten, der da halt komplett seine 20 Summons macht, der ist extra der Grip und dann ist ja auch super. Also, mehr als einmal gehabt schon die Situation, leider. Aber jetzt, wenn du es auch schon sagst, so Super Heavy ist halt so ein Full-Kombo-Deck, was halt richtig ausrasten kann, aber das fühlt sich halt auch nicht wirklich gut an, dass du sagst, du nimmst jetzt Nib mit rein und er hat halt immer noch so ein halbes Board im Nachhinein, was da eigentlich die Handtrap dazu gemänt ist, dass es halt, naja, den Turn beendet in dem Fall. Also, es ist so ein bisschen komisch bei Super Heavy Samurai, weil normalerweise ist so das Ding, okay, One-Card-Kombo stoppst du mit einer Handtrap, weil wie soll One-Card durch eine Handtrap durchspielen? Das Witzige ist, bei Super Heavy Samurai tut es das. Also, die Kombo spielt quasi durch jede eine Handtrap eigentlich durchaus ein Droll und vielleicht Ghost-Ogger, alle anderen eine Handtrap bringen nicht so viel. Ja, da sehe ich schon definitiv irgendwo. Ah, das haben wir jetzt, wir haben schon Nib des Up-Kampagnes, also, was, so die Must-Plays basically sind so ein bisschen so Ogre-Droll, wobei man Ogre so in Klammern ein bisschen stellen kann, das Ganze. Was ich jetzt auch schon immer wieder mal gehört habe und den ganzen Kram, was heißt das für Gamma? Also Gamma auf dem Pure-Release-Summon, den Level-Einser, das klingt eigentlich auch schon ziemlich sweet, oder? Also, Gamma wird sehr viel gespielt werden, vor allem von Super Heavy Samurai, weil Super Heavy Samurai auch sehr viele Möglichkeiten hat, den im eigenen Zug zu aktivieren. Wenn du sowas, keine Ahnung, ja, wie gesagt, Scale Ogre oder sowas, oder du fängst halt mit einem Searcher an, der nicht, also die haben dieses Bike, was du einfach abwirfst, um einen anderen zu suchen, wenn darauf Droll kommt, dann machst du halt Gamma. Das wird auch für andere Decks so sein, ich glaube, das ist sowas, das wird Droll einfach, also wenn jeder Droll spielt, dann werden viele Decks, äh, werden, werden Gamma spielen, weil selbst, du kannst ja selbst in Kashtira, du machst halt, keine Ahnung, Terraforming oder Planet und suchst dir und der macht Droll, du machst Gamma. Äh, das wird eine sehr nervige Geschichte. Aber, ich glaube, Gamma wird sehr viel gespielt werden, das ist so der, ich glaube, der wird, der wird so ein bisschen Evilly ablösen, was diese Staple, also so diese, diese Boardbreaker-Staple-Geschichte angeht, ähm, weil du den, ja, weil der halt auch, ne, Handtrap-Going-Second-Ging-Super-Heavy-Samurai ist, aber Going-First quasi genauso schlecht wie Evilly ist, wenn nicht sogar besser, weil du ihn manchmal aktivieren kannst. Deswegen, ich glaube, Gamma wird sehr, sehr viel gespielt werden. Verstehe ich absolut. Also, muss ich sagen, also je mehr ich so ein bisschen davon höre, also das kommende Format wird schon leicht toxisch, ne, also wenn du ziemlich jedes Deck, da kannst du so viel Zeug dagegen werfen und du musst halt einfach hoffen, dass irgendwo was kleben bleibt und das der Gegner nicht durchextenden kann. Ansonsten, super. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen wieder bei dem, bei diesem, wie gut ist es, wenn Formate immer diverser werden und immer mehr verschiedene Decks dazu kommen. Ja, weil wir haben ja jetzt schon sehr viele Decks eigentlich und eigentlich schon so ein bisschen mehr, als ich mich noch wohlfühle, weil immer das Ding ist, natürlich ist es cool und abwechslungsreich, wenn du sehr viele verschiedene Decks hast, aber wenn du dich gezielt auf das Format vorbereiten willst, dann ist es natürlich schwierig, wenn es so viele unterschiedliche Decks gibt und jetzt kommt, jetzt kommen mit, mit, mit Super Heavy Samurai und Purely nochmal zwei Decks dazu, die, das eine mehr, also Super Heavy Samurai mehr als Purely, aber das ist halt nochmal komplett was anderes als alles, was wir haben, also wir haben gerade halt kein Deck, das wogegen du wirklich Handtraps haben musst, weil du sonst einfach nicht durchkommst, weil das sonst so viel in die Gates legt, das gibt es gerade einfach nicht im Format und jetzt kommt es mit Super Heavy Samurai dazu und wirft halt quasi nochmal alles über den Haufen, weil jetzt gerade kannst du deine Buchs spielen, weil es Going Second halt einfach okay ist, weil kein Deck richtig eine Gates hinlegt oder du kannst deine, deine Boardbreaker spielen und deine Talents und das Ganze und das wird jetzt nochmal alles über den Haufen geworfen und jetzt haben wir eigentlich keine, es gibt keine Karten, die sich einfach nur noch gut anfühlen, weil wir spielen ja nicht ohne Grund gerade nicht so viele Handtraps, weil die sich gegen das, was wir gerade haben, nicht so gut anfühlen wie die anderen Karten, aber jetzt kommen halt Decks, wo du brauchst Handtraps gegen die und wenn ich jetzt fürs nächste Event mein Deck voll mit Handtraps stoppe, weil ich Angst habe vor Super Heavy Samurai und am Ende spielen gar nicht so viele Super Heavy Samurai und dann sitze ich da mit einem Deck, was ich eigentlich lieber anders gebaut hätte und das ist halt so ein bisschen, ja, muss man einerseits gut vorhersagen, was halt die Leute spielen, andererseits ist es dann halt auch so ein bisschen einfach Glück, was für Decks kommen und das ist immer so der Hauptkritikpunkt an so Formaten mit so vielen Decks und jetzt kommen halt nochmal zwei dazu und dann, ja. Ja, also wir haben jetzt gerade so ein bisschen so Bochum 2022 Format wieder, was Zitat von dir, eines der schlimmsten Formate war, die es so je gab, weil so ziemlich alles da draußen hat da die Möglichkeit eine Scythe rauszuturboen gehabt, alles konnte irgendwie locken, Sword Soul war viable, Branded war viable und du hast halt so viele Decks durch die Bank weg gehabt und, naja, jetzt, ich war jetzt auch letztens auf der German Open, ich hab nur zweimal gegen Branded hintereinander gespielt, aber ansonsten war es halt immer so durch die Bank weg ein komplett anderes Matchup und natürlich als Competitive Player, der du ja obviously bist, ist schon so Albtraum-Szenario ein bisschen gerade, also absolut nachvollziehbar eher so in der Richtung, aber, ja, macht echt Spaß gerade in deinen Schuhen zu stecken hier in dem Fall. Ist schon okay, es gibt Schuhe. Ja, definitiv, müssen wir schon stehen. Jetzt, ähm, wenn wir es einfach mal so richtig gehen, ich hab jetzt schon immer, wenn wir nochmal von dem Diskussionspunkt gehört, wenn die Leute anfangen droll zu mainen, ist es ein Zeichen für ein ungesundes Format, also dass der Powercreep wieder mal ein bisschen zu krass angezogen ist und sowas. was sagst du zu der Aussage? Kann man schon so sagen, ich weiß nicht, ob ich es so pauschal machen würde, weil mir auch Decks einfallen, gegen die droll gut war, aber die waren nicht so schlimm oder toxisch. Mhm. Aber allgemein jetzt gerade ist natürlich, also, oder droll ist natürlich immer nur dann gut, wenn die Leute in einem Turn extrem viel machen. Mhm. Und, äh, das ist meistens ja eher ein Zeichen dafür, dass, ja, immer ein bisschen zu viel im ersten Zug passiert. Das hab ich auch schon oft gesagt, dass ich der Meinung bin, dass im Moment in Yugi die Richtung eher ist, äh, Turn 1 wird immer, immer, immer wichtiger und die Spiele gehen immer schneller. Und, das hast du ja schon seit so 5 Jahren, ist das auch schon der Fall. Das ist schon seit 5 Jahren so, dann ist es auch mal wieder ein bisschen besser geworden in 2019 mit Striker, Sala, Orkust und so, das war noch, es war wieder ein bisschen langsamer und dann, das Ding ist halt, es ist nicht grundsätzlich schlecht, wenn das passiert, wenn halt, es kann ja auch in einem Zug oder zwei Zügen noch sehr, sehr viel Interaktion passieren, es passieren jetzt gerade halt in einem Turn einfach sehr viel mehr Entscheidungen als früher. Mhm. Es ist nicht grundsätzlich schlecht, aber vor allem, wenn Decks immer sehr viel suchen und sehr viel ziehen, ja, dann ist halt Droll gut und dann ist das meistens eher ein Zeichen dafür, dass, ich meine, jetzt so Decks wie Tritron oder Spiral damals oder, oder Guki, die Decks, wo halt Droll immer Meta war, äh, ja, das waren schon eher schlechte Formate, ja, kann man schon so sagen, glaube ich. Ja, verstehe ich schon auch so. Also, das ist halt immer, was mir jetzt aufgefallen ist und zum Beispiel, ich habe ja wirklich den Gag, wenn ich gegen einen Gegner spiele, ich lasse Fahrstuhlmusik laufen und lasse halt seine Viertelstunde, ähm, Combo 1 töten und das wird ja immer und immer schlimmer, muss man ja wirklich sagen. Und so ziemlich, jedes zweite Deck muss er sich mittlerweile auch darauf einstellen, dass er wirklich auf Time noch irgendwas auf der Hinterhand hat. Ich glaube, ganz schlimm war das ja auch mit Tier Elements, wo da wirklich Game 2 schon, beziehungsweise, du hast es geschafft, in Game 1 in Time zu gehen, wenn du es richtig drauf angelegt hast, im Mirror Match vor allem. Also, das ist ja immer etwas, wenn diese Combo-Decks immer größer werden, immer ausladender werden und, ähm, das ist halt definitiv ein Problem, was man jetzt haben muss. Und jetzt ist die Frage, haben wir das jetzt nächstes Format auch? Wahrscheinlich mit Super Heavy haben wir wahrscheinlich so ein Giga-Kombo-Deck wieder nochmal vor uns. Äh, Manadium, glaubt, geht, ist, ist ja recht groß, die Combo, aber jetzt auch nicht so ein 20-Minuten-Ding 1. Also da musst du sagen, das mochte ich an Castiera, weil das war relativ fix. Ja, ich glaub, bei Super Heavy Samurai kann es sogar sein, dass es relativ schnell geht, weil wenn die Leute halt viele Handtraps spielen, dann ist bei Super Heavy Samurai auch so, okay, entweder du kommst durch oder nicht und dann geht der Zug auch relativ schnell vorbei. Mhm. Ähm, also ich hab tatsächlich beim Testen mit Super Heavy Samurai noch gar nicht so viele Games gehabt, wo wir, wo jemand die Full-Combo gemacht hat, weil es halt einfach dann, ja, es war halt, war halt immer viele Handtraps im Deck und dann haben wir meistens einfach uns gegenseitig mit Handtraps abgeworfen. Und deswegen war es dann eigentlich immer der Turn relativ schnell vorbei und dann hat halt der verloren, der zuerst keine mehr hatte oder so. Mhm. Aber, ja, ich glaube, es wird gehen, weil wenn du halt, wenn du halt kein Dark Ruler hast, dann bist du ja relativ schnell fertig dann, wenn der Super Heavy Samurai-Combo macht, dann macht er halt 10 Minuten Kombo, aber dann ziehst du halt eine 6. und dann musst du gar nicht erst anfangen, reinzuspielen, meistens. Ja, das ist halt aber auch furchtbar schon, was mir jetzt aufgefallen ist, und zwar vor allem dadurch, du spielst ja auch ein bisschen viel und da bist du auch schon aufgefallen, dass kaum ein Deck kann in-Engine noch Bords brechen heutzutage. Ja. Also, ja, ja, das, bei Runic geht's noch, Sprite konnte das auch ganz gut, Branded kann das auch ganz gut, es kommt halt aufs Board drauf an. Ähm, ich nehme mal ein gutes Beispiel, zum Beispiel, was ich ja sehr, ich habe meine Zeit lang getestet, das Streamhack sagt, Nivska hier, go second Sword Soul, das ist der Gu. Dann gehst du in deine Starthand, hast Moje, Long One, drei Tennis, denkst du, cool, ich habe hier einen wie Shooter Bounce, dann den Rest, ja, mhm, nice. Da ist nicht so viel Gas drin, also da geht ja gar nichts, also Sword Soul ist halt komplett underpowered, wenn du jetzt nicht in den Boardbreaker reinziehst, oder irgendwie so was. Aber ich bin halt trotzdem der Meinung, oftmals, du hast es jetzt auch gerade jetzt auch, ich weiß, wahrscheinlich dieses Format, finde ich, das ist auch oftmals nicht sehr angenehm, wenn du jetzt in den Deck, in den Board rein spielen musst, du hast keine Going Second Karte, du hast keinen Boardbreaker, keine Handraps dazwischen geschmissen, du hast reine Engine, da hast du oftmals schon Probleme, irgendwo durchzukommen, durch so ein Full Board. Ja, gut, ja, das stimmt. Naja, nehmen wir mal ein ganz, ganz gutes Beispiel, dein Gegner, ähm, wer ist es, ist jetzt hier, du bist jetzt auf Sprite, du spielst gegen Cash. Er hat halt seine Full Combo, äh, er hat jetzt, keine Ahnung, ähm, fünf Spell Traps raus, und dann gehst du rein, Verzweiflung Spell, enorme Sum, Sprite Red. Dann Glocken, kommen die Alarmglocken, ja, der Typ hat nix. Dann, äh, machst du Arise Hard, nimmst du den Red raus, und gut ist, und dann ist es eigentlich, pester. Ja gut, gegen einen Full Zone Lock musst du eine Antwort haben, das ist richtig. Ja, aber auch Arise Hard Pass hier in dem Fall, also, da brauchst du... Ja, Arise Hard Pass kommst du durch, mit Sprite. Nicht immer, manchmal schon, Ja, immer nicht, aber du kommst, also, du hast auf jeden Fall eine Chance, also, mit einem Starter oder mit einem B-Bug kannst du durchspielen. Ja, das ist absolut klar, aber auch da, wenn es halt nur zwei Level 2 auf dem Feld ist, ist eigentlich auch schon durch, aber mit einem Starter hast du die Möglichkeit, schon irgendwas zu reißen, in dem Fall. Geh bitte recht. Nur, also, das ist halt wirklich, was mir halt auch generell ein bisschen, an Yugi ein bisschen stört, also, entweder du hast halt einen Board Breaker, du hast eine Handtrip, weil mit reiner Engine kommst du durch viele Boards da draußen gar nicht durch. Ein Rika-Board kriegst du nicht geknackt, ohne irgendwas in der Richtung. Ich weiß das nicht, wie viel du damit schon gespielt hast, in der Richtung, aber das ist ja wirklich halt auch insane, was sie hinlegen können, natürlich, aber auch da, Rika, going second, ist das Problem, da hast du ein bisschen zu viel Sperry-Lianty, in dem Fall. Dann hast du, ich glaube, Punk ist eigentlich auch eine solidische Tier-2-Strategie, an sich so, aber auch da, going second, da brauchst du, damit du durchs Board durchkommst, Board Breaker oder Handtraps, in dem Fall. Ansonsten mit reiner Engine war es das. Ja, nee, also das ist schon richtig, das ist auch was, das habe ich auch letztens in einem Video, glaube ich, angesprochen, dass ich mich ein bisschen, ich finde es gerade noch in Ordnung, wie das Spiel ist, also ich finde gerade das Format relativ gut, aber ich frage mich, wo es hingehen soll, wenn sie jetzt halt immer wieder neue Decks machen, die, wenn sie neue Decks designen, müssen die ja gegen die aktuellen Karten immer gut sein, also du kannst ja quasi kein Deck mehr designen, was gegen Nibiru stirbt, weil dann spielt es ja keiner und so weiter und so fort oder dasselbe gilt für einen Kaiju eigentlich oder einen Evenly oder sonst irgendwas und mittlerweile sind wir bei den Board Breakern eigentlich so weit, dass es quasi für jedes Board ja eigentlich irgendeine Antwort gibt, theoretisch, also wenn der Gegner mehrere Negates hat, kannst du mit Dark Ruler alles wegmachen, wenn er in ein Monster geht, dann machst du ein Kaiju, wenn er zwei Monster hat, geht Lava Golem, wenn er drei hat, geht Sphere Mode, wenn er mehr als drei hat, dann geht theoretisch Kurikara, und wenn das alles nicht hilft, dann kannst du ihn immer noch mit, weiß ich nicht, zehn verschiedenen Hand Traps abschmeißen und irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssten eigentlich mehr in die Richtung gehen, dass Decks allgemein ein bisschen stärker werden, Going Second, ohne dass man solche spezifischen Karten halt braucht, weil du sonst irgendwann, sonst wird ja das Going First nur noch stärker und stärker, weil die Decks, also wenn du jetzt Konami bist und du willst ein neues Set designen, was sich gut verkauft, müssen da ja Karten drin sein oder Decks, die besser sind als das, was wir jetzt haben, aber das, was wir jetzt haben, gewinnt ja schon eigentlich Turn 1 meistens. Das ist absolut korrekt, das ist ja Powercreep, das kommt im Prinzip da draußen, dass wir es haben. Aber zum Beispiel, da bin ich, jetzt kommt, werfe ich was in den Raum rein, da werde ich immer, da werde ich absolut mit Scheiße beworfen im Nachhinein, da werden sie mir die Tomaten vor die Tür werfen und ich liebe es jetzt schon, und zwar, ich habe ja eine Zeit lang Pokémon gespielt und da haben sie sowas, das wird wie eine Setrotation. Bin ich ein riesen Fan von diesem Prinzip und dann kommt es aber mit, aber was ist, ich will meinen Dark Magician von 2004 spielen. Oder sie fanden es auch geil, dass die Endboards bestanden aus Windhaut und Totally Awesome. Fand ich super. Einfach nochmal, bin ich der Einzige? Hab ich zu sehr am Kleber geschnüffelt? Frage ich mich. Oder in meinem Wahn, gibt es da noch Leute, die da sagen könnten, da ist was dran. Also ich finde die Idee von Setrotation sehr interessant. Habe ich auch letztens gegen meinen Streamchat auch sehr lange gekämpft. Ich finde die Idee interessant, aber interessant heißt nicht, dass ich will, dass es kommt. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Ich glaube, da sind wir viel zu spät. Ja, Vollgas. Das kriegst du nicht mehr implementiert. Dass das halt einer der Gründe ist, warum Leute auch Yugi gut finden. Und das ist dann auch weniger dieses, ich glaube, es ist weniger sowas wie, ich will mein Dark Magician Deck von vor 20 Jahren spielen, sondern ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie viele so semi-kompetitive Spieler es gibt, die halt ein Deck von vor, ich weiß nicht, eher so 5 bis 6 Jahren trotzdem noch spielen. Und auch wenn du damit halt keine YCS gewinnst oder YCS topst, gibt es schon einige Decks, die zwischen Tier 2 und Tier 3 sind, die halt 5, 6 Jahre alt sind. Du kannst schon auf Locals mal zu 2 gehen oder so oder zu 1, wenn du einen guten Tag hast mit sowas wie, weiß ich nicht, Alter Geist von damals oder irgendein Goki-Kombo-Haufen oder Spiral oder, na gut, Spiral vielleicht nicht gerade bei uns, aber es gibt schon Decks, die du halt von damals noch spielen kannst. Und das finde ich auch ganz nett, dass das der Fall ist. Der Vorteil an Set Rotation wäre halt ein bisschen, dass er diesen Power Creep alle paar Jahre ein bisschen rausnimmt. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass das theoretisch ja eine Banlist auch machen könnte. Und dass das immer davon abhängt, wie gut das gemacht wird. Von denen, die was zu sagen haben. Also Konami in dem Fall. Also wenn die quasi die Banlist ein bisschen ernster nehmen würden und ein bisschen schneller auf Problemkarten reagieren oder ein bisschen härter den Power Creep abbremsen, dann wäre die Banlist auch vollkommen ausreichend. Ja gut, in erster Linie gehen sie aber mit der Banlist. Also wenn es nach denen geht, kannst du ja wirklich in jeder Banlist das aktuelle Deck schon direkt hitten. Was ja ein bisschen so das OCG-Prinzip ist. Was sie ja auch machen können, weil die ein komplett anderes Raritäten-System haben bei uns. Bei denen ja kannst du ja komplett Kasch in Sofa-Rare spielen, wenn du so aufs möchtest. Und bei uns musst du halt wirklich mehrere hundert Euro für den Tier 1 Deck in die Hand nehmen. Und jedes Mal, wenn das dann von der Banlist gekillt wird, direkt das nächste Mal, dann kaufen die Leute keine Tier 1 Decks mehr. Oder du findest dich halt verarscht. Ja, aber das Problem ist halt trotzdem auch bei einer Set-Rotation, dass wir haben das ja, also im Prinzip praktisch haben wir das ja. Auf hohem Niveau. Ja, bei uns, wir machen es halt über Power Creep. Ja, eben. Die Decks von vor drei Jahren sind ja theoretisch rausrotiert, weil du sie ja alle nicht mehr erfolgreich spielen kannst. Also richtig erfolgreich. Ja, weil dann ist genau das, wo dann Yugi-Boomer-Jürgen in der Kommentarspalte schreibt, aber das Spiel wird viel zu schnell mittlerweile. Ja, ist es ja. Es ist ja auch schneller geworden. Es ist ja auch schneller geworden. Es ist aber trotzdem, es ist ja trotzdem noch ein gutes Spiel. Das ist ja, es ist ja trotzdem noch, sind ja trotzdem noch sehr, sehr viele Entscheidungen, die in Deckbau und in halt, mittlerweile gehen halt viele Entscheidungen im ersten Turn schon. Aber, ja, dafür hat man früher halt im ersten Zug nur eine einzige Entscheidung getroffen, nämlich welches Monster beschwöre ich oder welches Monster sette ich oder so. Und dafür hat das Spiel aber dann mehr Turns gehabt, aber die Anzahl an Entscheidungen war vielleicht gleich. Deswegen ist es nicht unbedingt schlechter oder besser. Trotzdem finde ich immer, es ist halt problematisch, weil der erste Turn halt der am wenigsten interaktive ist. Und ich glaube, das ist das, wo viele Leute dann immer sagen, dass da steige ich aus oder das macht mir keinen Spaß, weil ich habe das Gefühl, Spaß bei Yugi hängt einfach davon ab, ob man quasi am Spiel teilgenommen hat. Ja, ja, definitiv. Aber das ist halt going second. Kann es halt sein, dass du gar nicht erst teilnimmst. Wir haben jetzt, glaube ich, auch gefühlt, mit Super Heavy kommt auch ein FTK nach Mannheim aus dem Boden geschossen. Da gibt es ja, glaube ich, schon zwei mittlerweile oder so, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Mannatom hat jetzt auch schon den ersten FTK irgendwie aus dem Arm geschüttelt bekommen. Ja. Also, ich glaube, da sollte zum Konami, bitte setz da, wenn ich jetzt die Bandes an, auch wenn ihr neue Decks nicht hitten wollt vorhaben. Aber das wäre ganz nett für euch da draußen. Ich glaube, Cyberstein ist eine Karte, die brauchen wir. Wobei mir das gar nicht das ist, was mir Sorgen macht bei Super Heavy. Ich glaube nicht, dass viele Leute den FTK überhaupt spielen werden. Ich glaube, die bessere Version ist die, die halt einfach keine Milliarden Bricks spielen muss dafür. Also, das ist... Aus Competitive-Sicht ist das, ja, meistens egal. Es zeigt natürlich trotzdem, was alles mit einer Karte möglich ist. Aus Competitive-Sicht hast du komplett recht. Aber du wirst trotzdem irgendwann auf einer Regio sein und dann setzt du dich Runde 1 an den Table und dann grinst sich so ein Typ an und du verlierst den Die-Roll. Du hast keine Handtrap und dann kotzt du. Aber dann verliere ich halt auch gegen normale Super Heavy Samurai in dem Moment. Also, das ist dann... Ja, klar. Absolut. Aber das ist jetzt halt trotzdem so ein FTK-Cheese dagegen zu verlieren. Ich glaube, dann wirst du in den Tisch halt doch ein 2 brechen, wenn dir das passiert. Ja. Habe ich einmal abbekommen. Das war Boardbreaker-Format. Ich habe einfach nur alles da mit Boardbreakers in Branded drin gehabt. Treffe ich auf Six Sam FTK und verlieren die Die-Roll. Super. Cool. Glotz halt den an. Nein, nein. Oh boy. Ja, gut. Aber das... So, zu deinem aktuellen Format. Jetzt hast du noch irgendwelche Wünsche, was du jetzt hoffst, dass kommendes Format auf uns zukommen wird. So, Psyche oder sowas. Also, vor allem Band ist technisch oder sowas. Dass irgendwas zurückkommt, irgendwas passiert. Oder... Was... Etwas, worauf du sagst, da hättest du ja schon Bock drauf. Ich habe nichts Bestimmtes. Ich hoffe einfach nur prinzipiell, dass wir eine Bandlist kriegen. Also, wo ich eigentlich keine Lust drauf habe, ist, was ich vorhin angesprochen habe, ist, dass wir quasi das Format, was wir jetzt schon haben, mit, ich weiß nicht, acht verschiedenen Decks oder so, Pi mal Daumen, dass da nochmal zwei dazukommen und dann sind es halt über zehn. Wenn du noch Manador mit dazurechnest oder Gold Pride, dann sind es nochmal mehr. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf, weil dann sehe ich das so ähnlich wie letztes Jahr Nationals. Das war, wie gesagt, ja, war eins meiner nicht so beliebten Formate. Sehr diplomatisch. Eben damals Tag eins, was waren das, acht oder neun Runden, habe ich, glaube ich, gegen ein Deck zweimal gespielt. Das war Swords Hall, alles andere hatte ich einmal. Also, habe ich absolut keine Lust drauf, auch wenn ich verstehe, warum das manchen gefällt. Aber ich persönlich wünsche mir, dass die Bandlist einfach ein paar Sachen rausnimmt, damit es ein bisschen klarer ist, auf was man sich jetzt vorbereitet. Weil ich meine, ich merke es da jetzt schon an den ganzen Diskussionen oder Tech-Karten-Diskussionen, Handtrap-Diskussionen, die wir haben. Weil, also, es ist sehr, es wird sehr schwierig, wenn es einfach, wenn wir keine Bandlist kriegen. Deswegen hoffe ich, dass wir, ja, dass wir eine kriegen. Alright, gut. Dann würde ich jetzt aber auch mal sagen, haben wir jetzt die eine Stunde Marke bisher erreicht hier. Ähm, Yoshi, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du jetzt wirklich dir heute Abend das Stündchen rausgenommen hast für uns normale Plebs hier am Boden. Dass der Gottkaiser uns dann mal mit seiner Anwesenheit hier beehren konnte. Da draußen. Und, Kinas, natürlich, like, subscribe, Joshua Schmidt, ich werde ihn auch natürlich verlinken. Ihr kennt den Typ sowieso schon. Sagt, seid ehrlich mit euch selbst. Anyway, da würde ich hier auch dann die Folge auch mal Schluss machen. Kinas, ich wünsche euch was. Also, bye! Ich wünsche euch was.